So, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus und vielen Dank an Klaus, dass ich heute Abend hier sein darf und glaubt mir, ich bin viel lieber hier bei euch als im Rheinland im Karneval. Nicht, dass ich das nicht gerne gefeiert hätte, als ich in Köln gelebt habe, aber irgendwie nutzt sich das dann ab im Laufe der Zeit und deswegen ist das Schönste, was ich machen konnte, wegfahren zu der Karnevalszeit nach Schweinfurt und da überhaupt nicht irgendwie mitzumachen oder irgendwie mit Leidenschaft gezogen zu werden. So, wir haben das Thema heute heiße Eisen, besonders für Christen Geld und Politik und vorne seht ihr die Gliederung jetzt, kurze Vorstellung, Standortbestimmung, so wie ich persönlich das einschätze, wo wir selber stehen als Kinder Gottes, Thema biblisches Finanzmanagement, kurz angerissen, Reformation und Transformation, ein paar Impulse dazu, weil mir wichtig ist, dass wir nicht nur die Zustände beklagen, sondern dass wir eben auch Lösungswege finden oder suchen. Dann eine kurze Information zum Thema Sachwertanlagen, also wir werden ganz kurz über das Thema Gold und Silber sprechen und zuletzt dann das Thema Armee in der Geschäftswelt, das klingt jetzt vielleicht für die Damen unter uns ein wenig martialisch, aber das können wir dann auch gern als Familie oder so übersetzen, damit das dann nicht so anstößig klingt sozusagen. Ja, dann lasst uns anfangen erst mal mit meiner Vorstellung. Frank A steht für Adam, das sage ich in der Regel nicht so gern, aber wir sind ja hier im vertrauten Kreis. Frank ist eigentlich der Freie und Adam ist der Erste. Manchmal sagt meine Frau, ich nehme mich auch wie der erste Mensch, aber vielleicht ist der Erste manchmal auch so ein bisschen jemand, der vorangeht. Ja, und jetzt könnte man Brandenberg noch, wenn man wollte, als Brandfeuer am Berg und sowas, aber da will ich es nicht so weit jetzt draus machen. Ich bin seit 25 Jahren mit Marion verheiratet, wir haben letztes Jahr Silberhochzeit gefeiert und wir haben zwei Töchter auf Erden, sage ich schon mal auch im vertrauten Kreis gern, die Yara, die ist 23, studiert Jura in Bonn und die Anna macht ihr Abitur und ist 18 und zwei Kinder im Himmel. Und mit zwei Kindern im Himmel meine ich, Zwillinge haben wir eben auch gehört, wir haben auch Zwillinge, die wir aber durch eine Fehlgeburt verloren haben. Und ich glaube, dass die beiden oben im Himmel auf uns warten. Und wir haben ihnen auch Namen gegeben, nämlich David und Tabea. Und ich freue mich drauf und glaube, dass wenn wir da oben ankommen, die beiden vielleicht links und rechts neben Jesus stehen und uns empfangen und ich sie dann in den Arm nehmen darf. Beruflich bin ich gelernter Versicherungskaufmann. Ich habe zehn Jahre lang bei der Aachener Münchner Lebensversicherung gearbeitet. Die gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Die ist aufgegangen im Generali-Konzern in verschiedenen Funktionen, habe da gelernt, war da Vertriebsdirektionsassistent zuletzt. Und dann hat der Herr mich vollkommen überraschend in eine Firma geführt mit einem Sitz im Kloster in Bonn im Herz-Jesu-Kloster. Das ist eine ganz kommerzielle Firma, aber die hat ihren Sitz im Kloster, das ist die Firma Care Concept AG. Und dort habe ich 23 Jahre lang gearbeitet und wir haben mit drei Leuten angefangen und der Herr hat es geschenkt durch seine Gnade, dass als ich ausgestiegen bin, wir 120 Mitarbeiter hatten dort. Und das Tolle ist, dass die Ordensschwestern tatsächlich für uns gebetet haben, für unseren Erfolg. Und da möchte ich euch nur eine kurze Anekdote vom Erzählen. Da hat einer der härtesten Wettbewerber, hat mich mal angerufen, weil ich seine Au-pair-Agenturen akquiriert habe. Also die Care Concept macht internationale Krankenversicherung und da ist ein Geschäftsfeld Au-pair. Und da habe ich seine Au-pair-Agenturen versucht, ihn wegzunehmen. Und dann hat er mir gesagt, Herr Brandenberg, ich habe schon mitgekriegt, dass sie bei meinen Anekdoten sind. Und ich habe auch mitgekriegt, dass ihre Firma im Kloster sitzt. Ich habe auch mitbekommen, dass sie erzählt hätten, die Ordensschwestern würden für sie beten. Und dann sagte er zu mir, ganz harter Hund, sagte er zu mir, das ist unfair. Da sage ich zu ihm, warum ist das denn unfair? Dann sagt er, für mich betet niemand. Und dann war wie aus der Pistole geschossen, habe ich zu ihm gesagt, seien sich da mal nicht so sicher. Man wusste auch nicht, warum ich das gesagt habe, hat mich selber ein bisschen erschreckt. Aber ich wusste, von da an ist es eine Verpflichtung für ihn zu beten. Ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber als er nicht mehr wusste, wo er hin sollte, hat er mich angerufen. Und hat eine Zeit vor dem Ende seines Lebens noch mit mir gemeinsam verbracht, bei uns in der Firma. Also ist eine wunderbare Beziehung daraus entstanden, aus dem härtesten Konkurrenten. Das ist der Herr. Als ich dann mal den Herrn gefragt habe, ist das eigentlich alles so richtig, was wir hier tun, in der internationalen Krankenversicherung, wie siehst du das eigentlich? Hatte mir drei Dinge aufgezeigt. Das eine war die Mikrokrankenversicherung, dass wir Krankenversicherung entwickeln sollten für die Ärmsten der Armen. Das zweite war, dass wir uns als Krankenversicherungsspezialisten mitschuldig machen an der Tötung ungeborener Kinder. Und ich hoffe, ich kann es so mit euch besprechen, dass kein Ton der Verurteilung daraus kommt, sondern eher aus einem mitfühlenden und mittrauernden Herzen. Das ist mir wichtig. Weil Jesus ist auch für diese schweren Situationen gestorben. Aber als ich ihn gefragt habe, wo ist die Not in unserem Land am größten, kam mal ein Brief bei Kerkonzept ein, auf dem drauf stand, sinngemäß, das Blut der getöteten Kinder schreit vor Gottes Thron. Und wenn ich glaube, dass wir auf eine Krise zu gehen, dann ist das nicht nur wegen den Schulden, wo wir gleich drüber sprechen werden, sondern vielleicht auch wegen dieser Schuld. Denn von Umkehr ist weit und breit keine Spur, sondern politisch ist man dabei, ein Menschenrecht auf Abtreibung einzuführen. Was auch auf europäischer Ebene schon beschlossen worden ist und immer von in Deutschland umgesetzt werden muss. Auf jeden Fall hatten wir meine Mitschuld aufgezeigt, weil wir Produkte der gesetzlichen Krankenversicherung verkauft haben. Das ist ja so, dass die gesetzliche Krankenversicherung die Vorfinanzierung macht und die kriegt das dann von den Länderhaushalten zurückerstattet. Damit sind wir Steuerzahler alle dran. Das denke ich, ist auch eine coole Strategie vom Feind, dass er uns alle mit da ins Boot nimmt, was die Schuld betrifft. 44 Millionen Euro sind die Subventionen, die jährlichen Subventionen, die der Staat ausgibt zur Tötung ungeborener Kinder. Nur mal, um so ein paar Eckdaten zu nennen. Seit 18 Jahren bin ich Geschäftsführer der christlichen Kooperationsbörse. Das ist die größte Online-Plattform christlicher Unternehmer. Das ist kein weiterer Verband, so die Christen im Beruf, sondern das ist eigentlich das Online-Netzwerk, bei dem wir die Verbände, die Teilnehmer der Verbände vernetzen wollen. Also wenn man jetzt sucht, gibt es ja Christen, christliche Unternehmer in Schweinfurt, dann wäre ja auch nicht schlimm, wenn man jemanden von der ICCC finden könnte oder von IVCG oder von Faktor C, um vielleicht in den gemeinsamen Kreis zu gehen oder um sie hierhin einzuladen, weil ihr so eine wunderbare Gemeinschaft hier habt. Und dafür ist die christliche Kooperationsbörse da, dass wir in Makarlata 4 oder 6 Vers 10, Turbutes allermeist eines Glaubensgenossen wieder lernen. Also dass wir füreinander da sind, Aufträge einander geben, auch wenn man mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, das vielleicht vergibt. Und ja, dass man einfach auch über die Verbände hinaus auch die anderen christlichen Unternehmer kennenlernt. Da gibt es ja noch den BKU, Bund katholischer Unternehmer, den Arbeitskreis Eiffen, die Gala-Unternehmer und so weiter und so weiter. Seit 15 Monaten bin ich noch stellvertretender Bundesvorsitzender von Bündnis C. Das ist die letztverbliebene christliche Partei in Deutschland. Und das ist auch der Grund, warum wir das Thema Geld noch ein wenig bis in die Politik gedehnt haben, sozusagen. Die haben nichts zu kamellen im Bündnis C. Die sind ganz klein. Aber wenn ihr das Parteiprogramm lesen würdet, oder die programmatischen Inhalte, würde euch das Herz aufgehen. Ja, weil ihr sowas niemals in einer anderen Partei finden würdet. Und wir halten so lange die Fahne hoch, bis Christen eine christliche Partei wählen. Das Problem sind die Unterstützungsunterschriften. Denn ohne Unterstützungsunterschriften kommt man nicht auf den Wahlzettel. Und ohne auf dem Wahlzettel zu sein, kann man nicht gewählt werden. Das heißt, wenn die nächste Wahl ist und ihr wollt als Christen eine christliche Partei wählen, dann helft mit, dass die notwendigen Unterstützungsunterschriften zusammenkommen. Da ist keine Wahlentscheidung, sondern man unterschreibt nur, dass man einverstanden ist, dass diese Partei auf den Wahlzettel kommt. Nur so am Rande. Hab Respekt für alle Christen, die meinen, in anderen Parteien sein zu müssen. Alles gut. Ich will dir nichts Einseitiges sagen. Aber wenn man sich an Parteiprogrammen orientiert, was man in der Demokratie tun sollte, dann würde ich empfehlen, da mal ein bisschen reinzulesen. Seit, was ist das jetzt hier, 13 Monaten, ja, stimmt das? Na, da sind wir noch gar nicht. Kannst du mal eins weitermachen? Ich habe vergessen, das zu sagen. Genau. Seit 13 Monaten, genau, bin ich geschäftsführender Gesellschafter, sagt man, oder andersrum. Der BC Consulting, GmbH und Co. KG. Das ist die eigene Firma, die ich aufgebaut habe, nachdem ich in einem Sabbatjahr aus der Care-Konzept ausgestiegen bin. Meine beiden Eltern waren krebskrank. Sie hatten einen Rechtsstreit, um den ich mich kümmern musste. Meine Frau hatte eine Bandschreiben. OP, eine schwere, war ein halbes Jahr ausgefallen. Und ich dachte, oh, der Herr gibt mir Kraft und er hilft mir und das klappt schon alles. Ja, ich mache das. Und dann hatte ich auf einmal einen 200er Blutdruck. Und mein Chef und ich, der mein Freund auch ist, hat zu mir gesagt, willst du nicht mal ein Auszeitjahr nehmen, mach mal ein Sabbatjahr. Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass dieses Sabbatjahr das jüdische Schmittachjahr war. Der Herr hat mich in seinen Rhythmus reingeholt. Und ich weiß nicht, ob ihr das Schmittachjahr kennt alle, aber das ist eben alle sieben Jahre. Und da soll eigentlich nicht gesät und geerntet werden, soll man den Boden Ruhe lassen. Es ist interessant, das vom Boden zu übertragen auf andere unternehmerische Zwecke. Nachdem ich mich dann um meine Eltern und meine Frau gekümmert hatte, kam unglücklicherweise die Ahrkatastrophe dazwischen. Und danach habe ich dann zweieinhalb Monate an der Ahr verbracht, jeden Tag und Schlamm geschaufelt. Vielleicht war der eine oder andere auch mit dabei, weil viele ja geholfen haben aus der Bundesrepublik. Und das hat so viel Mut gemacht, all die Leute zu sehen, die von Ferne kamen. Ich war da, weil ich Freunde da habe, aber viele waren da ohne Freunde. Und dann wird man nochmal nachdenklich überlegt, was wirklich so wichtig ist im Leben. Und das war vielleicht eine Art Testballon für Krisen oder so, ich weiß es nicht. Aber man lernt da viel, was wirklich wichtig ist. Und so zwei, drei Dinge sind mir da in Erinnerung geblieben. Der eine Satz war, habe ich zu ihm gesagt, ich sage, ich finde das so toll, dass du hier bist aus, was weiß ich, der war aus Berlin oder irgendwie sowas. Und dann sagt er, das ist doch selbstverständlich, das hättest du doch auch getan. Hätte ich nicht getan. Habe ich nicht drüber nachgedacht, als in Dresden Hochwasser war oder so, dass ich mich da auf den Weg mache und da hinfahre. Und das hängt mir bis heute so ein bisschen nach. Und das andere war, ich war immer sehr kritisch gegenüber jungen Leuten, weil die so viele Krankheitstage hatten, habe ich immer gesagt, wenn ihr so viel krank gewesen wärt wie ihr, hätten wir die Firma nicht so aufbauen können. Und dann kamen so viele junge Menschen über Social Media zusammengerufen und haben die Schaufel in die Hand genommen, junge Mädels und Jungs. Und das hat mich so begeistert und hat mir wieder Mut und Hoffnung gemacht für unsere nächste Generation, die nämlich nicht die letzte ist, sondern einfach nur die nächste Generation. So, dann bin ich auch noch, ach so, zu BC Consulting noch einen Satz. B steht für Brandenberg und C, ich glaube, das seht ihr so ein bisschen von der Farbe, steht für Christus. Das gilt auch für heute Abend, nämlich bevor Brandenberg Consulting macht, muss er sich bewusst sein, dass das durch Christus geschieht oder dass der Herr zumindestens mal aufpasst. Wir haben ja über diesem Jahr die Jahreslosung stehen, der Herr, der mich sieht. Ja, das ist ja sehr tröstlich und ermutigend, dass egal was passiert, der Herr wendet seinen Blick nicht von uns ab. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch ein bisschen bedrohlich, wenn man weiß, dass der Herr einen sieht, bei allem, was man so tut. Deswegen habe ich gesagt, ich will das im Firmennamen drin bestellen haben, dass ich immer weiß, der Herr achtet auf jedes Wort, was ich hier zu euch sage. Auf jeden Fall übrigens seit der gleichen Zeit, seitdem ich die Firma gegründet habe, auch Vertriebsdirektor und Prokurist der BW Wertmetall AG. Das sind drei Firmen, eine hat einen Sitz in der Schweiz, eine in Leipzig und eine im Drehbach im Erzgebirge. Und die haben auf dem Herzen Edelmetall zu prägen, mit dem Vers Haggai drauf, 2 Vers 8, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher an, weil die sagen, wir wollen keinen Känguru verehren und auch keinen Herrn Krüger verehren, sondern den Herrn allein mit unseren Medaillen. Und die haben auch Silbergranulat in der Schweiz, wir kommen vielleicht noch kurz dazu. Und dann bin ich seit, das steht jetzt einer Woche, aber es war der Vortrag, den ich bei Peter Ude gehalten habe, deswegen stimmt es nicht mehr ganz, seit drei Wochen, jetzt mittlerweile, bin ich Vizepräsident der ICC Deutschland e.V., die ICC ist der International Council of Christians in Commerce, also die Internationale Christliche Handelskammer und Full Gospel Businessman Fellowship International und ICC sind ganz enge Freunde und umso schöner freut es mich, dass ich heute hier bei euch sein darf. So, gehen wir zum nächsten Folie, Standortbestimmung, so wie ich persönlich das sehe. Ja, ich habe großes Verständnis, wenn ihr das alle anders seht, ist auch okay so, ohnehin nehmt das, was ich euch sage, trennt und behaltet das Gute und den Rest schmeißt ihr in die Mülltonne. Meiner Ansicht nach sind Christen überwiegend in der Welt investiert und kaum im Reich Gottes. Ja, das Geld der Christen liegt in der Welt seit Jahrzehnten und ich wüsste keinen guten Grund mehr, warum ein Christ in Bayer Leverkusen investiert sein sollte. Ja, das Problem ist aber, wenn nicht da, wo dann, wohin? Ja, und wäre das nicht toll, wenn wir Kingdom Company Investments hätten, wenn wir Gelder zusammen hätten, Aktienfonds für Kingdom Companies, Menschen, die der Herr berufen hat in ihrer Firma, die Kapital benötigen als Start-up oder als Kapitalerhöhung oder um sie von der Insolvenz zu bewahren. Und unser Kapital würde da investiert werden, in das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nämlich nicht nur die Armen zu unterstützen oder was gut ist für den Opfer zu sammeln, da will ich jetzt nichts Kritisches drüber sagen, das ist ja wunderbar, das ist auch so wichtig gerade jetzt. Aber ich würde sagen, es ist auch besser, das zu investieren in Reich Gottes Unternehmen, weil damit wird Reich Gottes gebaut, als in die Welt, weil damit wird die Welt gebaut. Ja, und auch da haben sich christliche Finanzdienstleister mitschuldig gemacht. Ich auch. Ich habe auch Lebensversicherung verkauft. Heute berate ich zur Rückabwickelung von Lebensversicherung. Das bedeutet, dass man den Vertrag von Beginn an so stellt, als wenn er nie abgeschlossen worden wäre, die Kosten zurückerstattet werden, dass mit dem Rechnungszins verzinst werden muss, den der Versicherer wirklich erwirtschaftet. Und dann kommt da das 1,3-fache, 1,5-fache, das Doppelte von dem Rückauswert raus, den der Versicherer euch geben würde. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich damals gemacht habe. Also, ich will das wie Nehemiah machen. Ich will von dem Bau der Mauer schwärmen. Und dann heißt es bei Nehemiah, dann haben sie alle ihre Sachen beiseite gelegt und haben mitgeholfen, die Mauer zu bauen. Da kann man nämlich keinen zu nötigen oder zwingen, sondern es ist schön, wenn vielleicht das Herzensanliegen teilt, dass es toll wäre, wenn wir Investitionskapital in der christlichen Welt mal zusammenkriegen würden. Oder Kapital für zinslose Darlehen oder Kapital für die Familien zu beschützen und zu bewahren, die ihre Häuschen vielleicht bald verlieren werden, wenn die Zinserhöhungen greifen und, und, und. Aber davon sind wir im Moment noch meilenweit entfernt. Christen leiden zunehmend unter der Inflation, die unser Vermögen massiv entwertet. Als ich angefangen habe bei Bibi-Wertmetall, war gerade der Übergang im Januar letzten Jahres von einer schleichenden Inflation in eine galoppierende Inflation. Das heißt, wir haben immer 2 bis 3 Prozent gehabt und dann hatten wir auf einmal 5. Und dann hatten wir zwischendurch 10. Und dann sagen sie, um uns zu beruhigen, im Mittelpunkt sind es ja 7, ist nicht mehr so schlimm. Die Teuerungsrate im Januar liegt bei 8,4 Prozent. Das heißt, unser aller Geld verliert jedes Jahr zwischen 7 und 10 Prozent. Rechnet euch das mal aus, auf 10 Jahre, was das bedeutet. Und die 2 bis 3 Prozent Inflation war auch kein Grundgesetz im Übrigen. Das war auch schon eine Folge der massiven Verschuldungspolitik. Und lasst euch nicht einreden, das wäre durch den Krieg gekommen. Das war alles schon vorher, war im Januar. Und 2 bis 3 Prozent auf 10 Jahre und 20 Jahre macht auch viel aus. Unser Problem ist nur, dass wir immer denken, 1 Euro heute wäre auch noch 1 Euro in 10 Jahren. Das ist aber so nicht, das war auch noch nie so, aber jetzt schon dreimal nicht mehr. Und da leiden wir drunter, wir verlieren das Geld. 10.000 Euro auf dem Sparbuch, ein Jahr vorbei, 10 Prozent weniger, ob es jetzt mal einfacher zu rechnen, 9.000 Euro. Noch ein Jahr vorbei, 8.100 Euro oder so. Also nur mal so. Christen schwanken zwischen Armutsgelübde und Wohlstandsevangelium. Also die einen sind, die sagen, ich will gar kein Geld haben. Ja, das sind nicht Franziskaner und so. Armutsgelübde, ich brauche gar nicht. Geld ist böse, will ich nichts mehr zu tun haben. Findet man auch oft in der Gemeinde, diese Einschätzung. Und die anderen sagen, es geht nur dem, den der Herr segnet, den Gott segnet, dem geht es gut, finanziell. Ja, das ist auch falsch. Also da kann es auch Wüstenzeiten geben, wo der Herr jemanden durch die Wüste führt und er kann trotzdem gesegnet sein. Und vor allem ist er auch geliebt vom Herrn, egal ob er viel Geld hat oder nicht. Und Paulus hat gesagt, ich kann mit viel und ich kann mit wenig. Und das sind aber so die Extreme, die man da so findet. Und deswegen ist eine gesunde Geldlehre unheimlich wichtig. Nicht, weil dem Herrn das Geld so wichtig wäre, sondern weil er gesagt hat, wer ihm geringsten treu ist, den werde ich über Größeres setzen. Und das Geringste ist für ihn das Geld. Das heißt, wenn wir im geringsten Treue umgehen, setzt er uns über Größeres. Und das Größere ist, dass wir die Leute von der Hölle rausreißen oder bevor sie da auf der Richtung unterwegs sind, dass wir die Seelen der Menschen erretten. Das ist das Größere. Und der Herr stellt das in eine unmittelbare Beziehung. Ich komme vielleicht drauf, aber ich sage es jetzt mal direkt, bevor ich es vergesse. Billy Graham hat gesagt, unser Bankkonto ist ein theologisches Dokument. Es zeigt, wen oder was du wirklich verirrst. Finde ich einen schönen Satz. So, Christen sind oftmals gefährlich persönlich verschuldet oder zumindest gebunden. Der Herr hat uns zur Freiheit berufen. Und nicht zur Versklaven, sondern zur Freiheit. Und so viele, auch vor allen Dingen im Dienste unseres Herrn tätigen Personen, ja, vielleicht auch sogar Pastoren, Evangelisten, Propheten, die krebsen am Minimum. Das kann nicht sein. Was hat Nehemiah als allererstes gemacht? Nehemiah hat zuallererst die Leviten von den Feldern geholt, weil sie da arbeiten mussten, weil sie keine Kohle hatten, und hat sie wieder im Tempel dienst beten lassen, hat die Anbeter zurückgeholt. Man kann sagen, genau das, was in den Gebetshäusern stattfindet, in Augsburg, in, was ihr hier auch eins habt, Johannes Hartl und Freiburg, ihr wisst schon, ne? Die Anbeter zurückgeholt und bezahlt. Das hat Nehemiah als allerersten Schritt getan. Also ich wünsche mir eine Zeit, wo die nicht rumkrebsen müssen, wo Missionare, die entsandt werden, nicht Angst haben müssen, dass sie irgendwie nicht rumkommen oder ihre Familien nicht finanzieren können. Christliche Unternehmen stehen vor der Insolvenz, so wie andere Unternehmen auch. Es wird eine große Insolvenzwelle kommen, glaube ich persönlich. Da kann man auch anderer Meinung sein. Christen sind und werden durch die hohe Verschuldung des Staates belastet. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Uhr des Bund, der Steuerzahlers, angeschaut habt. Pro Sekunde verschuldet sich Deutschland und damit wir mit 3.400 Euro, als ich letztes Mal geguckt habe, wahrscheinlich ist es mehr, pro Sekunde. Deutschland verschuldet sich, erhöht seinen Schuldenberg um 3.400 Euro pro Sekunde. Jeder von euch, der hier sitzt, plus eure Familienangehörigen und so weiter, jeder Einzelne von euch hat 30.000 Euro Schulden. In Summe sind das 2,5 Billionen. Die hat natürlich nicht der Staat, sondern die haben ja wir. Und die holt der Staat sich auch wieder von uns, meines Erachtens nach. Das war übrigens immer so in der Menschheitsgeschichte, dass, wenn der Sündenfall war, die Entkopplung des Geldes von Gold, hat sich keine Politiker, egal ob Westen oder Osten, konnten sich davon nicht sündigen und sagen, ich nehme nicht mehr Geld auf, ich zauber kein Geld aus dem Nichts. Die Bibel nennt das Zaubern, Geldtruppen aus dem Nichts. Konnte es keiner der Versuchungen widerstehen, warum auch? Ja, und dann geht das so lange gut, bis es dann mal knallt. Normalerweise, Geld historisch, Geld geschichtlich, kommt nach einer schleichenden Inflation, eine galoppierende Inflation und dann eine Hyperinflation. Ich kenne den Zeitpunkt nicht, keiner weiß das. Aber das ist der normale Lauf der Dinge. Außer, man glaubt, die Politik würde massiv umkehren und anfangen, Schulden zurückzuzahlen. Ich weiß nicht, wie weit euer Glaube reicht. Ich bin da eher skeptisch. Und Christen werden durch die weltliche Finanzindustrie entreichert. Weil die Finanzindustrie und auch die christlichen Finanzdienstleister beraten Produkte der Welt. Ich fürchte, dass der ein oder andere jetzt auch unter euch ist und möchte keinen persönlich angreifen. Ich sage das eher selbstkritisch in meine Richtung und wenn er das heute noch nicht so sieht, ist nicht schlimm. Und wenn er es nie so sieht, ist auch nicht schlimm. Aber natürlich helfen die mit, die Produkte der Welt zu beraten. Und wer da nicht mit einverstanden ist oder Gesprächsbedarf hat, der kann gerne später noch mit mir darüber reden in Ruhe oder wir machen mal einen Videocall oder so. Kein Problem. Dann erzähle ich ihm gern, warum ich und viele andere zu dieser Erkenntnis gekommen sind, weil wir machen mittlerweile eine Ausbildung zum sogenannten Wohlstandsberater. Hat nichts mit Wohlstandsevangelium zu tun, sondern wir verstehen Wohlstand so, dass jemand von seiner eigenen Hände Arbeit leben kann, ohne verschuldet zu sein. Und da bilden wir eine neue Generation von christlichen Finanzdienstleistern aus, weil es in Deutschland keinen einzigen Vertrieb mehr gibt, der dazu bereit wäre, diesen Job aus Christi Augen zu sehen. Und so wie es in der Krankenversicherung viel anders zu tun gibt, gibt es das in anderen Bereichen ganz genauso. So, kommen wir zum Thema biblisches Finanzmanagement. Biblisches Finanzmanagement, was sagt die Bibel zum Umgang mit Geld und Politik? Zuerst sagt sie mal, du kannst nicht zwei Herren dienen, Gott und dir Mama. Ja, da denken wir immer, das ist ja kein Problem. Ja, klar, denen dienen wir Gott. Aber, tja, ist das wirklich so? Ist das wirklich so, dass wir den Herrn mit unserem Geld dienen? Und ist es wirklich so, dass wir Gott fragen bei jeder Finanzentscheidung? Das ist dein Geld, Herr. Soll ich, darf ich das ausgeben? Ist das wirklich so? Oder machen wir nicht eigentlich lieber, was wir wollen? Klar, spenden wir viel. Deutschlands Spendenweltmeister, ist keine Frage. Aber dienen wir wirklich dem Herrn? Ich will es übrigens mal so im Raum stehen lassen, dass das nicht so leicht ist, wie das klingt. Ich glaube, dass wir versuchen, beiden zu dienen. Und das funktioniert eben nicht. Das wird auch so schön anschaulich, wenn man das in anderen Übersetzungen liest mit Sklave. Also man kann nicht der Sklave von zwei Herren sein. Das geht auch nicht. Da sagt der eine, komm mal hier arbeiten. Da sagt der andere, nee, da musst du bei Zieren kommen. Das geht auch nicht. Und das ist kein leichter Job, da rauszukommen aus meiner Sicht. Aber es ist einer, der es wert ist, daran zu arbeiten, bis an die Wurzeln und das rauszuholen. Weil das ist wie bei Ägypten und Israel. Israel kam aus Ägypten raus. Aber Ägypten kam nicht aus den Köpfen von Israel raus. Deswegen haben die nachher rumgenörgelt. Boah, da hatten wir wenigstens was zu essen. Ja, hier sind wir Kacke in der Wüste und haben nichts zu futtern. Und das war doch gar nicht so schlecht in Ägypten. Da war Ägypten noch in den Köpfen der Israelis drin. Ja, der Israeliten drin. Und so ist auch Mammon, selbst wenn wir glauben, wir hätten es gepackt, ist noch in unseren Köpfen drin. Ja, zum Beispiel ich kann ganz schwer nur an so einem roten Preisschild, so einem Preissenkungschild vorbeilaufen. Ja, aber ich bin so ein Schnäppchenjägertyp. Ja, also da gibt es so ein paar Dinge. Da habe ich immer gedacht, boah, der Judas, wie bescheuert ist der denn? Für 30 Silberlinge, den Herrn verraten. Ich hatte, der Herr mich überführt, wo ich ihn überall schon verraten habe. Das war keine gute Idee, abfällig über Judas zu reden. Urteilt nicht, dass ihr nicht verurteilt werdet. Dann heißt es, alles Böse wächst aus der Habgier der Geldliebe. In Timotheus 6, 10. Alles Böse wächst aus der Habgier. Es gibt in der Bibel 2350 Stellen über den Umgang mit Geld, Vermögen, Gold, Silber. Schulden, 2350. Als junger Mann hat mich das ein Scheiß interessiert, entschuldige die Formulierung, also hat mich nicht interessiert. Und deswegen habe ich Scheiß gesagt, weil ich mich so darüber ärgere, dass ich dann eine Bürgschaft aufgenommen habe, 30.000 Euro für einen griechischen Konsulatsbeamten in Hamburg, weil ich dachte, das wäre ein seriöser Beruf. Und der hat sich dann abgesetzt nach Griechenland. Und dann habe ich erst mal gemerkt, dass es kein Einwohnermelderamt in Griechenland gibt. Und die Bank hat mich schön in Anspruch genommen. Was sagt die Bibel zum Thema Bürgschaft? Bürge nicht. Nicht, niemals, überhaupt nicht. Nicht gekannt, nicht gewusst, nicht gehört, nicht gelernt. Lehrgeld bezahlt. Der Schuldner ist ein Sklave seines Gläubigers. Wenn es einen Politiker in der Regierung gäbe, der wüsste, dass der Schuldner ein Sklave seines Gläubigers wäre, würden wir vielleicht weniger Schulden aufnehmen. Und wer von euch mal sein Häuschen abbezahlt hat und diesen Moment der Freiheit erlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Oder wer, so wie ich auch, mit einer 100% Finanzierung sein Häuschen gekauft hat, hat gespürt, wie er versklavt ist. Aber die gute Nachricht ist, der Herr will euch in Freiheit führen. Das heißt, allererstes Gebot ist, raus aus Babylon, mein Volk, und raus aus den Schulden. So schnell wie irgend möglich. Schichtet alles um, kündigt alles, was ihr habt, und guckt, dass ihr von den Schulden loswerdet. So schnell es irgend geht. Egal, was die Steuer sagt, egal, was die Welt euch sagt, raus aus den Schulden. Schnellstmöglich. Und da heißt es in Offenbarung 18, 4, kommt heraus aus ihr, Babylon, ist damit gemeint mit dem ihr, mein Volk, damit ihr keinen Schaden an ihr nehmt und nicht leidet unter ihren Plagen. Babylon steht für vieles, aber auch für die Geldentwicklung, weil Geld historisch ist in Babylon, in Mesopotamien, im Zweistromland, das Geld entwickelt worden. Deswegen könnte man sagen, wenn man wollte, kommt heraus aus dem Weltfinanzsystem, mein Volk, damit ihr keinen Schaden an ihr nehmt und nicht leidet unter ihren Plagen. Ich glaube, dass die Finanzkrisen dazu angetan waren, dass das Volk Gottes herausgeschüttelt wird aus dem Weltfinanzsystem. Das haben wir aber nicht verstanden. Aber erschüttert wird, was erschüttert werden kann. Und ich würde eher vorschlagen, wir gehen jetzt raus. Dann kommen die, ah, das war ein Tusch, sozusagen da drauf. Ein Tusch auf diese Aussage. Ich würde vorschlagen, wir sollen jetzt rausgehen. Danke, der Herr unterstützt mich bei dem, was ich hier sage. Kommt heraus aus ihr, mein Volk, damit ihr keinen Schaden an ihr nehmt und nicht leidet unter ihren Plagen. Heraus aus den Schulden so schnell wie möglich. Heraus aus den Anlagen dieser Welt so schnell wie möglich. Lebensversicherung, Rentenversicherung, falls einige unter euch sind. Paragraf 134 VAG. Wenn eine Lebensversicherungsgesellschaft in eine wirtschaftliche Notlage kommt, darf sie die Rückkaufswerte nicht mehr auszahlen. Kein Kunde kennt diesen Paragrafen. Wenn euch der Paragraf an sich nicht stutzig macht, dann solltet euch stutzig machen, dass kein Lebensversicherungskunde in Deutschland, und ich meine auch Rentenversicherungskunde in Deutschland, über diesen Paragrafen informiert worden ist. Aktuell sind 5 bis 10 Lebensversicherungsgesellschaften in wirtschaftlich prekärer Lage und der besondere Waraufsicht die Bundesbafi. Und der Chef der Allianz Lebensversicherung hat vor zwei Jahren gesagt, in den nächsten Jahren werden einige Lebensversicherer pleite gehen. Und die Branche hat drei große Konzerne haben ihre Bestände an sogenannte Run-off-Gesellschaften im Ausland verkauft. Ich habe das gelernt, den Job, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Die Achse hat 940.000 Verträge an Heuschrecken verkauft auf den Bahamas. Versicherten Verträge von Lebens- und Rentenversicherungskunden. Ich sage euch das nur an einem Beispiel der Lebensversicherung. Ich könnte es über Aktien machen, über Bausparverträge und so weiter. Ich sage es euch nur an dem Beispiel, weil ich das gelernt habe die ersten zehn Jahre in meinem Berufsleben. Mein Rat ist, kommt heraus. Und wenn die Leute sagen, ja wohin denn? Dann sage ich zu Jesus. Geht zum Herrn und fragt ihn, was ihr damit machen sollt mit dem Geld. Ich will nicht euer Vertrauen von Geld in Gold und Silber ersetzen, sondern in Jesus. Weil der Herr meint es auch gut mit eurer Versorgung. Weil er ist der Herr unser Versorger. Jehova Jereh. Nicht der Arbeitsplatz, sondern der Herr selbst ist die Quelle der Versorgung. Der Arbeitsplatz ist ein Versorgungskanal. Weil ich das glaube, konnte ich nach 23 Jahren aus Care-Konzept aussteigen. Als zweiter Mann im Unternehmen. Vertriebsdirektor, Prokurist, Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft in Shanghai. Prokurist der Hansi Merkur, Prokurist von was weiß ich noch für Gesellschaften. Vorsitzender eines Vereins, der sehr nahe steht an dem Unternehmen. Und dann habe ich den Herrn gefragt, als ich von der Art zurückkam und habe gesagt, Herr, soll ich eigentlich zurückgehen oder hast du einen anderen Plan? Und dann habe ich eine Liste gemacht, eine 12-Punkte-Liste und da habe ich den ersten Punkt draufgeschrieben und habe gesagt, sollte ich nicht zu Care-Konzept zurückgehen? Dann möchte ich gerne in einem Büro sitzen mit einem IT-Programmierer zusammen. Habe ich nur gesagt, weil der Vertrieb braucht IT und ich kann das nicht ab, wenn die Systeme nicht funktionieren und kann es aber auch nicht lösen. Also wollte ich gerne in einem Büro sitzen mit einem IT-Programmierer. Zwei Tage später lerne ich Viktor Schröder kennen, einen christlichen, habe ich gar nicht darum gebeten, einen christlichen IT-Programmierer, der bei mir im Dorf wohnt seit acht Jahren, den ich nie kennengelernt habe und der auf der Suche war nach dem Büro. Da wusste ich, oh shit, jetzt meinte er, hat das aber ernst, der meint das ernst. Und wenn du einen guten Angestelltenvertrag hast, führender Position, zwei Assistenten, zwei Sekretärinnen, ein Sekretär, eine Sekretärin, Chef des Vertriebes und wie gesagt, zweimal im Jahr in China unterwegs, und das ist schon ein Schritt dann zu sagen, Herr, du bist der Versorger und nicht die Firma. Nach 23 Jahren fängt man an, das zu verwechseln möglicherweise. Ich sage euch das nur deshalb, gerade damit ihr wisst, das was ich euch sage, das habe ich auch so gut ich irgend kann gelebt oder lebe es. Und ich sage es für die zur Ermutigung, die so gestresst sind in ihrer Firma, dass sie vielleicht gar nicht mehr wissen, was ihre Gaben und Talente sind, dass der Herr noch einen anderen Weg kennt, wenn es einfach zu belastend wird, weil eure Gesundheit ist wichtiger als euer Job. Also kommt heraus aus ihr, mein Volk. Wohin zu Jesus? Welche Möglichkeiten sind da, von denen wir wissen, dass es für den Herrn soweit in Ordnung ist? Sachwerte, eigene Vermögen, eigener Grund und Boden, eigene Objekte, eigene Ausbildung der Kinder, eigene Ausbildung, eigene Firma, Kingdom Company, Investment und Silber und Gold. weil Sachwerte mit intrinsischen Werten und alles andere ist Spielerei aus meiner Sicht und schon gar kein Geld auf der Bank lassen. Und wenn wir das dann schaffen, das ist auch nicht schwarz-weiß, was hier steht, aber wenn wir es dann schaffen, die Banken wenigstens zu degradieren auf eine Rolle als, sagen wir mal, Girokontoinhaber oder so, dann haben wir schon viel getan. Jetzt, wenn Banker unter euch sind, will ich jetzt auch nicht böse über eine Bank sprechen. Ich würde mir wünschen, wir könnten Banken reformieren, nichts sehnlicher, aber meine Erfahrung ist, wir brauchen neue Systeme, weil die bestehenden nicht reformierbar sind. Aber ich würde mir wünschen, ja, und ich urteile nicht über Banker, weil ich selber in der Finanzdienstleistung auch das alles gemacht habe. Ja, also ich bin, nur bei mir war halt so, dass der Herr mich einen anderen Weg geführt hat. Und wenn das bei euch nicht so ist, alles in Ordnung. Ja, alles okay, kein Problem. Und der Herr segnet auch in normalen Firmen, alles kein Problem. Die Armen habt ihr alle Zeit unter euch und gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das ist die erste und zweite Priorität für den Umgang eines Christen mit Geld. Weil, wenn wir es den Armen geben, nur da wird es nicht von Motten und Rost zerfressen werden. Motten und Rost bei Gold und Silber zum Beispiel sind die Kursschwankungen und die Konfiszierung von Gold. Weil, wenn der Staat kommt und die 30.000 Euro von uns einfordert, die wir pro Kopf verschuldet sind, dann nimmt er uns unser Gold als allererstes weg. Und dann trägt er eine Zwangshypothek ein auf unserem Haus, das was halt mit dem Lastenausgleichsgesetz schon vorbereitet wird. Meiner persönlichen Meinung nach. Also, den Armen geben, weil nur da wird es von Motten und Rost nicht zerfressen und da, wo unser Herz, unser Schatz ist, da ist unser Herz. Und mehr als alles andere sollen auf unser Herz achten. Und zweite Priorität ist Steuern bezahlen. Das ist vor allen Dingen eine Botschaft und gerne bezahlen von Daniel Exler, Steuerberater, der ein hervorragendes Buch geschrieben hat und der es leid ist, seinen christlichen Unternehmern immer zu erzählen, welche Steuerberatungstricks sie noch machen können, Steuerspartricks machen. Der sagt, der Christ sollte gerne Steuern zahlen, weil Jesus auch gesagt hat, gebt ihm Kaiser, was des Kaisers ist. So, zum Zehnten eine schnelle Botschaft, ihr müsst den Zehnten nicht geben. Müsst ihr gar nicht. Aber ich würde es euch doch sehr ans Herz legen wollen, weil der Herr gesagt hat, prüft mich doch. Ihr müsst nicht, ihr müsst gar nichts, ist altes, kann man sagen, altes, da kenne ich auch die Diskussion, altes Gesetz, alte Gebote, sind unter dem neuen Bund und was weiß ich. Ihr müsst auch nicht, keiner zwingt euch dazu, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Aber der Herr sagt, prüft mich doch. Prüft mich doch, ob ich nicht zum Übermaß euch Segen geben werde. Ich kann euch Zeugnis dafür übergeben, dass ich im Übermaß gesegnet worden bin vom Zehnten geben. Weil ohne, dass ich die Macht drüber hatte, hat der Vorstand damals, als wir die Firma gegründet haben, auf dem Herzen gehabt, mir drei Prozent Unternehmensanteile zu schenken. Er hat sie sogar noch selber bezahlt. muss die nicht mal kaufen. Die waren damals nahezu nichts wert. Nach 23 Jahren waren die was wert. Da hatte ich nicht in der Hand, hatte ich nicht die Macht drüber. Der Herr hat es geschenkt. Ja, zu seiner Ehre sage ich das. Das ist so. Wenn wir den Zehnten geben, der Herr lässt sie nicht. Der Herr ist doch kein Nehmer. Der Herr gibt doch. Geben ist seliger, der Nehmer. Er meinte, der Herr braucht unser Geld. Nein, der Herr will aber, dass unser himmlisches Bankkonto geführt ist, damit er uns zum Übermaß segnen kann. Dreißigfach, sechzigfach, hundertfach, sagt der Herr. Und dann die Frage um den Zehnten. Ja, wenn er alles dem Herrn gehört, sowieso, wieso soll man er nicht den Zehnten geben? Die Zehnte ist die beste Übung gegen Mammon, um gegen Mammon zu kämpfen. Macht das mal. Dann werdet ihr sehen. Mit diesem, kann es nicht zwei Herren dienen. Das ist das beste Training gegen Mammon. Beste Kampfansage gegen Mammon, den Zehnten zu geben. Und zwar dahin, wo ihr Lehre empfangen habt. Oder zu den Armen, oder da gibt es auch unterschiedliche Lehren, ist egal. Auch nicht Brutto-Netto-Diskussion will ich nicht anfangen. Also ihr müsst nicht, aber ich würde es euch echt empfehlen, das zu tun. Und wenn ihr es nicht tut, kann gut sein, dass dieser Zehnte euch durch die Finger rinnt, weil ihr gar keine Kontrolle über die Kosten habt. Denn es ist Schere für den Herrn, abgesondert. Und wie wichtig Scherem ist, haben wir in Jericho gesehen, weil da alles sollte drin liegen bleiben. Und ein Soldat hat das Zeug mitgehen lassen. Und deswegen haben sie ein Ei verloren. Leichte, kleine Stadt Ei. Während sie Jericho platt gemacht haben, weil der Herr dabei war. Das abgesonderte Zehnte für den Herrn. Und dann wird eine Zeit kommen, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen. Das steht so in Offenbarung. 13, 17. Nun kenne ich viele Christen, die sagen, da sind wir längst entdrückt, so ein Quatsch, da brauchen wir uns keinen Kopf drum zu machen. Wenn ihr aber wie ich 17 Jahre in China wart und habt die Einführung des Social Scorings live erlebt, übrigens ein Punktesystem, was von 333 bis 999 geht, wo die Chinesen vom Bargeld, die Kreditkarte übersprungen haben, ins Handypayment direkt hinein. Und die Regierung heute ganz locker über das Handypayment verfügen kann und kann abschalten, wer einen internationalen Flug noch machen kann, wer Druckgeschwindigkeitszug noch nehmen kann, der vielleicht auch einen langsameren Zug nehmen kann, der weiß, dass es heute für 1,4 Milliarden Menschen schon Realität ist. Gut, gibt noch kein Chip auf der Hand, aber die sind auch schon fertig und gibt auch noch kein Ding auf der Stirn, aber am Kaufen und Verkaufen hindern kann die chinesische Regierung ihre Mitbürger alle. Das ist nicht mehr so weit weg. Ja, und eben habe ich noch das Beispiel erzählt von den französischen Ärzten, die seit 500 Tagen nicht mehr praktizieren dürfen, diejenigen von denen, die sich nicht einer Impfung unterzogen haben, eine Corona-Impfung, haben seit 500 Tagen Berufsverbot, keine Einkünfte mehr und wissen auch nicht mehr, wie sie kaufen und verkaufen können. Ich bin kein Impfgegner oder Impffreund, soll jeder frei entscheiden, finde ich, aber staatlichen Zwang auszuüben und jemanden von seiner Berufstätigkeit über ein Jahr lang fernzuhalten. In einem Job, den die Gesellschaft so dringend braucht, halte ich für unerträglich. Biblisches Finanzmanagement, zweiter Teil. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Also wenn uns das alles jetzt zu schwere Kosten ist, was wir hier machen und ihr eigentlich sagt, ach, pappel, pappel, bisschen zu hardcore, was der da vorhin erzählt, ja, dann kann sein, dass der Herr uns nicht das wahre Gut anvertraut und das sind die Seelen der Menschen. Und wenn alle so oder wenn so oft an manchen Stellen von Erweckung gesprochen wird, dann glaube ich, dass dazu ein treuer Umgang mit Geld auch erforderlich ist. Und in Bezug auf die Politik heißt es übrigens, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig für Gott und aufrechtig unser Mitmenschen. In 1. Timotheus 2, 2. Dazu möchte ich euch ein Zeugnis geben von der Firma, für die ich am meisten in meinem Leben gebetet habe, für die ich am meisten gebetet habe und für den Politiker, den ich am meisten gebetet habe. Und zwar für den Robert Habeck, weil die Karin Heben ist die Bundesvorsitzende von Bündnis 10 und da dachte ich, das ist die Frau Baerbock und ich bin dann der Habeck und so irgendwie. Auf jeden Fall habe ich für den Habeck am meisten gebetet und für die Firma Lenort und Bauer in Oberhausen am meisten gebetet. Das ist nämlich die Firma meines Mentors, das Grund ist der christlichen Kooperationsbörse von Horst Lenort, dem ich so viele zu verdanken habe, der so wie Klaus an vorderster Front steht und seit Jahren schon und wunderbare Dienste in der christlichen Geschäftswelt getan hat, ist leider mittlerweile verstorben, aber ich bin mit seinem Sohn gut befreundet, der jetzt der Geschäftsführer von Lenort und Bauer ist. Matthias Lenort und ich bete für die beiden am meisten und eines Tages kriege ich von Matthias einen Anruf und sagt, Frank, kannst du nicht vorstellen, wer uns besuchen konnte? Ich sage, wer denn? Robert Habeck. Ich sage, Halleluja, der Mann, für den ich am meisten bete in der Politik, kommt in die Firma, für die ich am meisten gebetet habe in meinem Leben. Wie schön ist das denn? Dann sage ich zu Matthias, und du bist Josef, der dem Pharao den Namen Jesu Christi verkünden wird. Oh, sagt er, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Ich sage, ja, das ist aber dein Job, Matthias, das ist dein Job. So, und dann kommt dieser Robert Habeck, weil die Firma Lenort und Bauer zu den innovativsten Maschinenbauunternehmen im Oberhausen, im Ruhrgebiet gehört, kommt der Robert Habeck dahin und Matthias Lenort hat Corona und ist nicht da. Und ich so, nein. Und dann haben sie ihn von zu Hause zugeschaltet und dann hat er Robert Habeck Jesus Christus verkündigt, wo Robert Habeck in seiner Firma saß und er war zu Hause und hat ihn von zu Hause über Bildschirm Jesus Christus verkündigt, als den Herrn und Innovationstreiber seiner Firma. Um noch gleich einen draufzusetzen, ich darf das öffentlich erzählen, weil er es in seinem Buch so geschrieben hat. Dann hatten sie keine Computerchips mehr. Das sind 250-Mann-Unternehmen, weil in Taiwan eine Halle abgebrannt ist. Da gab es keine Computerchips mehr. Und dann konnte er nachts nicht mehr schlafen und war fertig wie ein Brötchen als Geschäftsführer eines so großen Unternehmens, weil die größten Kunden ihm abspringen wollten. Die haben gesagt, Herr Lenort, wenn Sie die Produkte nicht ausliefern demnächst, dann springen wir alle ab. Und dann haben wir Regionalkreis gehabt, so wie hier, und haben füreinander gebetet und am nächsten Morgen hatte ich den Eindruck, ihm zu schreiben, Matthias, geh bitte ins Lager und leg den letzten Computerchips die Hände auf und bete, dass sie sich vervielfältigen. Und dann schreibt er in dem Buch, ein christlicher Unternehmer hat mir geraten und ich fand es sehr peinlich und unangenehm und wollte es nicht tun. Aber er war treu und ist gegangen, als sein Lagerleiter in Mittagspause war und geht ins Lager und legt diesen letzten Computerchips die Hände auf und betet. Weil ihr alle hier und wir sind nämlich königliche Priester. Ein königliches Priestertum. Und mit König tut man es leicht in der Firma, aber Priester wissen wir nicht immer, wann und wie wir das anwenden sollen. Das heißt, er hat einen priesterlichen Dienst getan an diesen Computerchips und hat gebetet, dass sie sich vervielfältigen. Und dann ist er zum Mittagessen gegangen mit seiner Frau. Seine Frau ist auch eine gläubige Frau und sagt nachher, Matthias, irgendwas ist passiert. Sagt Matthias, ja, ja, ich habe für die Computerchips gebetet. Ja, ja, okay. Dann kommt er, sie war dann nach Hause und er kommt vor Mittagessen zurück in die Firma, läuft ihm sein Lagerleiter in die Hand. Herr Lenort, Herr Lenort, wir haben 30.000 Computerchips bestellen können. In irgendeiner Ecke hat irgendeiner unserer Mitarbeiter die gefunden und gefragt, ob wir die bestellen sollen. Die sind nicht ganz identisch, die sind baugleich, aber unsere Techniker glauben, dass wir die so abändern können, dass sie unsere Produkte passen. Und ich habe die geordert. War das in ihrem Sinne? Und er sagt, Halleluja, Dank sei Gott. So groß ist der Herr. So groß ist der Herr. Und ich sage euch das deshalb, damit ihr in euren Firmen mit Jesus rechnet. Weil wir kommen in eine Zeit, wo wir solche Wunder brauchen, wo wir mit normalen Management-Techniken das nicht mehr bewältigen können. Wo wir eng an Jesus dran sein müssen, ganz nah an ihm, damit wir nicht in die Fallen tappen, damit wir wirklich durchkommen. Gunnar Olsson, der Freund von Demos Schakarian, hat gesagt, Überwinder ist, wer überwindet. Ja, und der Herr Jesus will nicht vielleicht bei allen Firmen, kann das nicht beurteilen. Also ich bin immer vorsichtiger geworden zu sagen, der Herr braucht eine Firma. Aber bei so manchen Firmen wird das sein, dass der Herr die durchbringen will. Ganz bestimmt. Aber dafür braucht ihr seine Hilfe und müsst ihn auch bitten darum. Und müsst eure Brüder und Schwestern um Gebet bitten. Denn die Regierung ist Gottesdiener, an dir zu gut, was ein Engagement von Christen in der Politik erforderlich macht. Als christlicher Geschäftsmann verstehe ich nicht, wie man der Ansicht sein kann, Christen sollen überall sein, aber nicht in der Politik. Auf jeden Fall, wenn das Prinzip von Saat und Geernte hier gilt, dann haben wir auch hier geerntet, was wir gesät haben, nämlich die Abstinenz von Christen in der Politik, die ernten wir gerade. Aber, also, wenn Jesus die Versicherungswirtschaft am Herzen liegt, warum sollte ihm dann nicht die Politik am Herzen liegen? Klar wollen wir keinen Gottesstaat aufbauen oder so, aber ein paar christliche Politiker wären nicht schlecht. Mein einziger Traum ist, wenn jemand von euch größere Träume hat, sollen wir gerne sagen, für die Politik. Aber mein Traum ist, dass wenn ein paar Leute mal in den Bundestag kommen, von Böckniss C, dass dann eine Entscheidung getroffen werden muss, wofür man unsere Stimmen braucht, egal wie viele Leute das sind und wir stimmen dann ab für das Anliegen, was den anderen so wichtig ist und bei der Gelegenheit bringen wir das Lebensrecht der Kinder durch. Dass kein Kind in Deutschland mehr getötet wird, sondern alle das Licht der Welt erblicken dürfen, weil Gott sie vor Beginn der Welt geschaffen hat. Wenn jemand von euch glaubt, dass wir nochmal Deutschland umkehren werden als Christen, okay, soll er gern zu mir kommen, ich habe den Glauben nicht mehr. Aber vielleicht können wir den einen oder anderen Sieg noch erringen. Und ich würde es mir wünschen für die Kinder und auch für die Mütter und auch für die Väter. Reformation, Transformation. Welche neuen Wege können wir gehen? Ich bin nicht der, der die alten Wege beklagt, sondern ich will neue Wege gehen. Schnellstmögliche Entschuldung, privat und staatlich, denn der Herr hat uns zur Freiheit berufen. Es muss aufhören, die Schuldenmacherei. Russland hat seinen Rubel an Gold gekoppelt und China ist auch dabei. Im letzten Jahr gab es massive Abflüsse aus der Schweiz von Gold nach Asien. Die machen das so ein bisschen cleverer über Mittel, Leute, da kriegt man nicht genau mit. Aber wenn China den R&B an Gold koppelt und wir meinen, dass High Lake im Schulden machen, dann werden wir böser aufwachen, aus meiner Sicht. Ich bin kein Fan von Putin und von Xi Jinping, bei weitem nicht. Aber das finde ich clever von den beiden. Fiskalpolitisch. Raus aus den Weltfinanzprodukten hinein in Sachwerte und Investitionsprojekte des Reiches Gottes. Rückabwicklung von Lebens- und Rentenversicherung. Zinslose Darlehen vergeben und nur mit Rückzahlungsvereinbarung. Was ist das Schlimmste, was sich jemand antun könnte, einem Bruder? Hier hast du 10.000 Euro, gib mir 4% Zinsen drauf und zahlst mir zurück, wenn du es kannst. Da würden viele sagen, boah, ist doch super, dem anderen ist es scheißegal, aber der gibt ihm Geld, das ist doch toll. Ich sage, das ist das Schlimmste, was du einem antun kannst. Warum? Weil, erstens mal gibt es ein Zinsverbot in der Bibel an den Bruder, verstößt schon mal direkt gegen Gottes Wort. Und zweitens, wenn wir Schulden machen oder Darlehen vergeben, dann erstens mit fester Rückzahlungsvereinbarung, weil dann ist es nur eine Verpflichtung. Aber Schulden, die nicht zurückgezahlt werden, sind Schuld. Und die Schulden, die Deutschland hat, sind Schuld, weil die werden ja nicht zurückgezahlt. Die werden nicht zurückgezahlt. Was ich manchmal dann im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt gesehen habe, ist, wenn mehr Güter und Waren produziert wurden oder so. Aber guckt euch mal die Uhr vom Bund der Steuerzahler an. Unsere Schulden werden nicht zurückgezahlt, die werden sekündlich mehr. Während ich hier rede, könnt ihr euch mal ausrechnen, 3.400 Euro pro Sekunde. Mehr, die wachsen einfach an. Also, wer Schulden nicht zurückzahlt, der hat Schuld. Und jetzt sage ich noch einen ganz brutalen Satz. Den habe ich nicht gesagt, der ist von Schwester Joela. Aber Schwester Joela hat gesagt, die Schulden, die wir haben, sind der sichtbare Ausdruck der Blutschuld, die vor Gottes Thron schreit. Das heißt, wenn man mich fragen würde, wie man am schnellsten die Schulden zurückzahlt, dann würde ich sagen, die retten das Leben der ungeborenen Kinder. Klingt irgendwie verrückt, aber ich glaube da dran. Also zinslose Darlehen vergeben. Und wenn ihr Darlehen vergebt, macht euch klar, dass ihr es nicht mehr zurückbekommt, das Geld. Kann passieren. Beim Schmittag ja sowieso so. Und im Halljahr genauso. Da wird sogar der ganze Grund und den Boden wieder zurückgegeben im Halljahr. Also wenn Darlehen vergeben, dann zinslos und mit der Bereitschaft im Zweifel darauf verzichten zu müssen. Die Frage stellen, wie viel ist genug? Wie viel Geld brauche ich eigentlich zum Leben? Was ist genug? Wie viel ist genug? Habe ich meine Kosten unter Kontrolle? Der Kreis der Kosten schließen. Da helfen so Leute wie Kompass. Ich bin noch lizenzierter Trainer von Kompass Deutschland und Kompass ist ein Verein, der mithilft, dass die Leute lernen, den Kreis der Kosten zu schließen. Die Kosten in den Griff zu kriegen, die Frage zu stellen, wie viel ist genug? Schnellstmöglich aus Verschuldung rauszukommen. Checklisten werden angefertigt. Das himmlische Bankkonto erklärt. Da wird richtig tief gegraben. Zwölf Kurse, anderthalb Stunden kosten 150 Euro einmalig. Ja, nur das mal gehört habt. Informationen gern bei mir darüber, wenn ihr das möchtet. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein, hatte ich eben schon mal gesagt bei Paulus Philippa 4, 12 heißt, ich kann meine Kosten im Griff. Dann kann ich auch viel oder auch wenig haben. Wenn ich dann mehr habe, habe ich zum Überfluss und kann es geben. Aber ich muss erst mal wissen, wann ist Überfluss überhaupt erreicht. Das weiß ich ja nur dann, wenn ich meine Kosten im Griff habe. Also bei mir ist das schwierig. Ich arbeite seit einem Jahr dran. Da kommt hier wieder Amazon, da wieder PayPal und dann denke ich, wo kommt das denn jetzt schon wieder hin? Schwierig. Ich finde das nicht leicht, die Kosten im Griff zu kriegen. Jesus fragen, bevor wir sein Geld ausgeben, wenn es in Haggai 2, Vers 8, das was auf unseren Medaillen abgedruckt ist, steht, mein ist das Silber und Gold, ist das ein Eigentumsanspruch des Herrn. All unser Geld ist Gottes Geld. Dann sollten wir noch fragen, bevor wir das ausgeben. Investieren in Sachwerte wie eigenen Grund- und Boden, Hausausbildung, Firma Silber und Gold, habe ich eben schon gesagt. Und wir planen im Rahmen der christlichen Kooperationsbörse ein Silbergranulat basiertes Komplementär Währungssystem einzurichten, mit Bartern als Vorbereitung auf das Kauf- und Verkaufsverbot. Das heißt ganz einfach, das klingt jetzt so dramatisch, aber das heißt nur, dass die Firmen in der christlichen Kooperationsbörse ein Silbergranulatkonto haben. Das Silber liegt physisch in der Schweiz, im Zollfreiwarenlager, im Hochsicherheitslager und ihr bestellt bei einer anderen Firma Visitenkarten, die geben euch eine Bruttorechnung und ihr gebt denen Silber. Und weil man Silber die Geldeigenschaft aberkannt hat vor 200 Jahren, ist das Tauschhandel und kein Bezahlen mehr. Und Tauschen ist eine der Antworten, wenn wir nicht mehr kaufen und verkaufen können und schenken und beschenkt werden. Und das richten wir im Rahmen der Kooperationsbörse ein. In der Schweiz gibt es das schon, 50 bis 60 Firmen, da kann man schon bezahlen, weil der Nachteil bei Silber und Gold ist, das liegt alles irgendwo in der Ecke und ist kein Produktivkapital. Wird im Kreislauf entzogen. Aber wenn wir dann mit Tauschhandel betreiben, dann wird es nicht mit dem Kreislauf entzogen, dann zirkuliert es. Und dann ist es auch nicht mehr so schlimm, wo die Währung hinmarschiert, wenn wir uns alle mit Silber bezahlen. Was braucht es dazu? Schwester Joela von den evangelischen Marienschwestern hat auch gesagt, am Abgrundrand ist ein Rückschritt, ein Fortschritt. Ich finde den Satz schön. Wir brauchen Umkehr und Buße von unseren Irrwegen. Aber wir sind weit entfernt. Zumindest gesamtgesellschaftlich. Wir müssen Buße tun. Jeder an seinem Platz, in seinem Leben, in seinem Beruf, in seiner Branche und auch für Deutschland. Weil wir sind auf einem Irrweg. Sondersgleichen. Und das ist nicht mehr weit bis zum Menschenrecht auf Abtreibung. Es ist schon durch den Martitsch-Bericht für die Europäische Union festgelegt. Der deutsche Gesetzgeber muss es umsetzen. Nur an die Frage, wann das kommt. Und der Herr sagt, wenn ihr Recht zu Unrecht erklärt und Unrecht zu Recht, dann kommt das Schwert. Und das kam schon. Weil an dem Tag, wo der Martitsch-Bericht verabschiedet worden ist, wurden in, ich glaube, Würzburg war das, einige Frauen mit einer Machete gemetzelt. Das war das Schwert. Ich weiß nicht, ob ihr das noch in Erinnerung habt. Ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang besteht, aber ich könnte mir das vorstellen. Der Herr lässt sich nicht spucken. Wenn wir meinen, dass wir die Tötung von Kindern zum Menschenrecht erklären müssen, dann ist irgendwann mal Schluss. Und glaubt mir, der hat mir vor 17 Jahren das Thema Tötung der ungeborenen Kinder als Nummer 1 Priorität, wo es die Not in unserem Land am größten aufs Herz gelegt. Ich will nicht verurteilen, drüber reden. Weit entfernt. Niemand will ich verletzen damit. Jesus ist auch dafür gestorben, dass das vergeben wird. Aber wir müssen dem anmählich mal ein Ende setzen. Und können dann nicht handelos weiter mit zuschauen. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Da sind wir kein Salz. Da sind wir kein Sauberteig. Das Zitat von Billy Graham habe ich schon gesagt. Erneuerung des Denkens nach Römer 12, 2 Gesunde Lehre und Training. Jesus sagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Ihr habt gehört, Rente und Vorsorge ist wichtig. Ich aber sage euch, wenn ihr doch arbeiten könnt und wenn ihr doch berufen seid für etwas, arbeitet doch länger, wenn ihr könnt. Wer verschlissen ist, der soll in Rente gehen, wenn es nicht mehr geht. Keine Frage. Aber wer noch Spaß in seinem Job hat und noch kann. Nee, aber wir betreiben Vorsorge, Rentenvorsorge. Rente ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mich von der Rente verabschiedet. Ich habe dem Herrn gesagt, ich möchte 23 Jahre noch arbeiten. Weil ich 23 Jahre bei Care Concept war, einer christlich geführten Firma. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt möchte ich 23 Jahre noch bei einer Kingdom Company erleben. Weil die konnte ich dir übergeben. Care Concept konnte man nicht dem Herrn übergeben, weil es uns gar nicht gehörte. Aber die BC Consulting, Herr, das ist deine Firma und ich möchte den Unterschied sehen. 23 Jahre Care Concept und 23 Jahre BC Consulting. Und dann habe ich das Spaß, das hat mal ausgerechnet und dann war ich 77. Da habe ich gedacht, der Herr hat Humor, weil ich achte immer auf so Zahlen, wenn sieben da irgendwie mit dem Spiel sind, denke ich immer, der Herr ist mit dabei. Kann sein, dass er es will. Ich weiß nicht. Aber schön wäre es. Ich würde mich freuen. Aber der Herr hat vielleicht noch einen besseren Plan. Keine Ahnung. Erneuerungsdenken, das heißt, Bücher lesen von Gunnar Olson. Von, ich habe gleich eine Liste noch für euch. Wir müssen das aus der Birne rauskriegen, was die Welt uns gelehrt hat. Keine Armee der Welt bildet ihre Rekruten beim Feind aus. Außer wir. Fachleute zur Unterstützung hinzuziehen, sowohl in der Firma als auch privat, denn wo es an Beratung fehlt, da scheitern Pläne und wo viele Ratgeber sind, gibt es Erfolg. Wir haben bei der christlichen Kooperationsbörse einen Dienst, der nennt sich Eselsdienst. Da fahren wir als zwei Unternehmer zu einem Unternehmer hin und beten für den und setzen den von seinen geistlichen Bindungen frei. Nur mal so für euch als Information. Gemäß Lukas Evangelium, wo Jesus die zwei Jünger schickt, bindet den Esel los und der Esel war im Jüdischen in Aktivcode und steht stellvertretend für eine Firma. Das heißt, zwei Unternehmer fahren zu einem Unternehmer und binden den los. Bei Gunnar Olsson findet ihr eine Hammergeschichte darüber in dem Buch Business ohne Grenzen, was da passiert ist bei sowas. Und ich habe mittlerweile 20 dieser Dienste gemacht und das könnt ihr euch auch stundenlang Geschichten erzählen, aber das wird zu viel jetzt. So, noch eine kurze Info zum Thema Sachwertanlagen. Wer da mehr zu wissen will, der soll mich bitte ansprechen. Eine Visitenkarte mit hohen Flyern mitnehmen und dann später auf mich persönlich zukommt. Da machen wir eine Stunde Videocall, dann kann ich euch das in Ruhe erzählen. Nur so ein paar Eckdaten. Wenn Gott sagt, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr, der Herrscher, dann glaube ich, hat das was zu bedeuten. Denn er hat Gold und Silber in die Erde gelegt. Und das Geldsystem ist von Menschen geschaffen. Und das sind Zisternen, die löchrig sind und die brechen werden. Aber Silber und Gold wird nicht brechen. Silber und Gold empfehlen wir nur als physisches, sogenanntes allokiertes Silber und Gold. Also nicht Papierversprechen, nicht in Lebensversicherungen, nicht in ETFs, denn es wird mehr Gold gehandelt, als überhaupt real existiert und da gehen irgendwann Leute leer aus. Das heißt, wenn ihr Silber und Gold kauft, dann physisch, dann in echt, denn dann habt ihr es. Geld ist nichts wert. Geld ist nichts wert. Geld ist aus dem Nichts geschaffen. Kein Eigenwert, gar nichts. Nur der Glaube, dass das was ist. Während Silber und Gold hat einen intrinsischen Wert, einen Eigenwert. Wir glauben, dass Silbermedaillen, die sogenannten Haggai, die heißen Haggai wegen dem Wort des Propheten Haggai drauf, als Bargeldersatz dienen. Also man zahlt damit mal eines Tages, wenn ihr soweit denken wollt, dass der Landwirt, der Bäcker, der Metzger, lieber eine Viertelunze Silber annimmt oder eine ganze Unze als einen 50-Euro-Schein. Wenn das Geld, wenn der 50-Euro-Schein in 10 Jahren 8 bis 10 Prozent verliert und das Silber steigt, kann das in 10 Jahren passiert sein. Nur mal so für Rechenfreaks. Und Silbergranulat ist der Buchgeldersatz, wie eben geschildert. Da kann man dann bezahlen mit bei Firmen und sowas. Und man kann sofort umtauschen mit dem Euro, was bei den Medaillen auch ein bisschen schwieriger ist. Dann habe ich euch das erzählt von dem Silbergranulaten Komplementärwährungssystem. und ich habe euch eben auch schon gesagt, wo Motten und Rost sind bei Silber und Gold. Nämlich Konfiszierung von Gold haben die Staaten immer gemacht zu allen Zeiten und die Kursschwankung und die Manipulationen der Banken beim Silber. Banken manipulieren Silber, weil die Silber- und Goldkurse sind wie ein Fieberthermometer für die Währung. Und wenn das zu stark steigt, dann pushen die und das verkaufen große Mengen, damit nicht der Eindruck erweckt wird, als wenn der Währung schlecht ging. Die Tagesschau hat im Januar, als ich anfing, damals getitelt, vor einem Jahr, hat gesagt, Gold hat während der Corona-Krise um 15 Prozent zugelegt. Das würde ich so nicht formulieren. Ich würde sagen, die Währung hat gegenüber Gold um 15 Prozent verloren. Warum? Weil in Gold denken ist ein guter Ratschlag, den ich euch noch mit auf den Weg geben will. Nicht in Euro denken, nicht in einer fallenden Währung denken. Lasst uns lernen, in Gold zu denken, weil Gold ist mehr wertstabil als der Euro. Ist nicht hier all-rounded, nicht alles Gold, was glänzt. Da gibt es üble Stellen über Silber und Gold, dass unser Fleisch verbrennen wird, wenn wir zu viel Silber und Gold gehofftet haben. Das ist kein Spaß. Es gibt das ungerechte Sparen in der Bibel, wie beim reichen Kornbauern. Zu viel zurückgelegt, nur für sich verurteilte Herr. Du Narre, morgen werde ich das Leben von dir nehmen. Und auf der anderen Seite die Talente, wo es nicht nur um Gaben und Fähigkeiten geht, wie die Gemeinde das lehrt, sondern um echt Kohle und um das Vermehren von Geld. Und ich glaube nicht, dass es Vermehren von Geld ist, wenn wir zugucken, unser Geld jeden Monat oder jedes Jahr um 10 Prozent verliert. Selbst wenn wir irgendwo zwei Prozent Zinsen kriegen für irgendwas, ja Quatsch. Da verliert es halt acht oder sechs ist so Unfug. Das hat doch nichts mit vernünftigem Umgang mit Talenten zu tun. So, wer hilft auf dem Weg zur Erneuerung und zur Transformation? Also einmal die Wohlstandsberater, das ist der Versuch, die christlichen Finanzdienstleister neu auszubilden. Dass sie nicht mehr die Produkte der Welt verkaufen, sondern Edelmetall, Rückabwicklung, Lebensversicherung und Geldkurse geben. Ich glaube, dass Geldkurse abzuhalten nicht die Aufgabe von Pastoren ist, sondern von christlichen Finanzdienstleistern. Und deswegen wird es einen ganz neuen Job geben und das sind die Wohlstandsberater. Ein Freund von mir in der Leitung, wir hatten vor anderthalb Jahren, Ende letzten Jahres, gesagt, wie viel Herr sollen wir ausbilden? 34 haben wir durch unterschiedliche Berechnungen ermittelt, kamen beide auf die Zahl 34. Er hat ganz anders gerechnet als ich. Da haben wir gedacht, boah, wenn der Herr uns beiden die Zahl 34 gibt, ist gut. Quersumme 7, da war ich wieder bei einer 7 und war wieder happy. Und am Ende des ersten Jahres hatten wir exakt 34 Anmeldungen zur Ausbildung der Wohlstandsberatung. Also ich bin fest überzeugt, dass der Herr dabei ist. Kompass e.V. habe ich angesprochen, ist ein Verein, da geht es nicht um Geld, da geht es nicht um Produkte, da geht es nur darum, euch beizubringen, richtig und biblisch mit Geld umzugehen und Wege in die persönliche Freiheit zu finden, um dann mit Geld. ICCC, Transforming Working Life Video Lehreinheiten, sind die besten Lehreinheiten, die es gibt für christliche Unternehmer aus meiner Sicht. Es gibt von Faktor C die Wibi-Bausteine, das sind auch so Ordner. Ihr habt auch Lehrmaterial, was ich noch nicht so gut kenne, aber und Büchertipps wollte ich euch noch geben. Eures als allererstes natürlich, dann aber auch Gunnar Ohlzern, weil die beiden echt gute Freunde sind und die ähnliche Generation und wirklich alte, weise Männer sind, von denen wir noch so viel lernen können. Geld, der große Schwindel von Gottfried Hetzer, der belegt, warum das Weltfinanzsystem zwingend zusammenbrechen wird, aber auch er kennt den Zeitpunkt nicht, aber auch er gibt den Rat, rettet euch zu Jesus und fragt ihn, was er dann tun sollt mit dem Geld. Der Preis des Geldes von Wolfgang Sinsor und Thomas Giudici, biblischer Umgang mit Geld von Daniel Exler und die Krise, was tun, von Kurt Bühlmann. Das sind nur so ein paar Büchertipps, die ich euch geben wollte. So, dann möchte ich zum Abschluss noch was sagen zum Thema Armee in der Geschäftswelt, wo ich eben schon mal zugesagt habe. Ich möchte euch wirklich empfehlen, täglich die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Das klingt jetzt so wie so ein Spruch vielleicht und ja, habt ihr alles schon mal gehört? Ich habe die Waffenrüstung Gottes in meinem Kleiderschrank hängen. Und jeden Tag, wenn ich mich anziehe, dann lese ich die. Und ich kann euch nur Zeugnis geben, das macht einen Unterschied. Ob du das Schwert des Wortes Gottes in der Hand hast und das Schild des Glaubens und den Gürtel der Gerechtigkeit, die Gürtel der Wahrheit und den Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Schuhe zur Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Das ist kein Farce oder so. Ja, das ist wirklich wichtig. Und bei Rick Joyner, da hat die Prophetie von drei Armeen. Die erste, jeder ist bewaffnet, hochbewaffnet bis an die Zähne und sie marschieren in eine Richtung. Die zweite Armee, da haben die generäle Holzschwerter in der Hand. Ich weiß das gut, weil da war ich auch mal, als ich einen Kollegen in der Leistungsabteilung verloren habe, der vom Alkohol heimgesucht wurde und ich nicht das Schwert des Wortes Gottes in der Hand hatte. Und die dritte Armee, wo sie alle durcheinander laufen. Das ist die Armee Gottes. Unbewaffnet, zerrissene Lumpen. In der dritten Armee, und nur die erste marschiert ordentlich. Zu marschieren miteinander, lasst es Familie sein oder lasst es Armee Gottes sein, aber lasst uns das zusammen machen. Die Zeit von Einzelkämpfern ist vorbei. Achtet auf eure Brüder und Schwestern, die links und rechts von euch gehen. Macht mehr gemeinsam. Schützt euch gegenseitig. Deswegen Vernetzung zum beidseitigen Nutzen. Christliche Kooperationsbörse. Mutkonferenz ist die Vernetzung der christlichen Unternehmerverbände und christliche Kooperationsbörse der Vernetzung der Teilnehmer, der Firmen aus den jeweiligen christlichen Unternehmerverbänden. Und Vernetzung bis hin zu Geschwistern in der Politik. Wie Bündnis C zum Beispiel. Tue Gutes allermeist eines Glaubensgenossen wieder neu entdecken. Den anderen segnen, den Bruder zuerst segnen. Ihr wisst doch, wem ihr dann Gutes tut, welcher Familie. Auch wenn es mal schiefgelaufen ist irgendwann. Wir alle haben schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen gibt es in der christlichen Kooperationsweise ein Schiedsgerichtsverfahren. Wenn man mit einem Christen Geschäfte macht, dann würde ich zuerst mal mit dem zusammen in die christliche Kooperationsbörse gehen. Damit, wenn es schiefläuft, man ein geordnetes Verfahren hat nach jüdischem Vorbild. Besser, als wenn zwei christliche Unternehmer vom Gericht ziehen. Das sieht dann wieder nicht so gut aus. Die Zeit ist, glaube ich, um. Die christlichen Unternehmerkreise stärken. Der Leib Christi soll zusammenwachsen in den Gaben des fünffältigen Dienstes. Apostel, Evangelisten, Propheten, Hirten und Lehrer. Dankeschön. Ja, die müssen wieder zusammenfinden. Und wir sind als Geschäftsleute oftmals die Apostler. Und es ist gut, einen Propheten an der Seite zu haben. Es ist gut, einen Hirten an der Seite zu haben. Und und und. Macht mal den Test, fünffältigen Gabentest. Der ist so spannend. Der kann auch bei der Strukturierung von Aufgaben super mithelfen. So, und dann letzte Seite. Da bin ich durch. Da habe ich trotzdem elf Minuten überzogen. Aber die Vision meiner Firma ist durch die Dienstleistung und das Zeugnis der BC Consulting in den Jahren 2022 bis 45, das sind die 23 Jahre, wie ich euch eben gesagt habe, werden Menschen spürbar gesegnet, an ihrem Standort in Meckenheim, als auch in der ganzen Grafschaft, Ahrtal und Eifel. Das habe ich extra so aufgelistet, weil Grafschaft wohne ich, Ahrtal ist mir jetzt am Herzen seit der Krise und Eifel bin ich geboren. Und analog der Apostelgeschichte habe ich dann gesagt, bis an die Enden der Erde. Und in der Tat, wir haben auch schon Edelmetall in Uganda verkauft. Und wir sind in Verbindung mit Dicaragua und Dänemark, gibt es Leute, die interessiert sind. Also ich verkaufe im Moment eher was im Ausland als in Meckenheim. So, Mission. Die BC Consulting rüstet Menschen und Firmen auf Basis einer generationsübergreifenden Perspektive so zu, dass sie Krisen bewältigen und darin liegende Chancen ergreifen können. Also auch das, was vor uns liegt, hat die Chance. Je dunkler das wird und wir stehen zusammen, leuchten wir umso heller. Das ist eine Riesenchance für uns. In der Ukraine haben Massen von Menschen ihr Leben Jesus übergeben. Auch wenn es nicht mehr so lang ist, dieses Leben, aber sie sind beim Herrn. Auch die Soldaten, die sterben, sie sind beim Herrn. Und das ist trotzdem eine Siegesgeschichte. Sie sind beim Herrn. Durch die Not, durch das Elend. Und bei uns ist es noch nicht groß genug, bevor wir umkehren. BCC, Blessing Customs and Companies. Und ich möchte, da habe ich das als letzte Folie nochmal gemacht, weil ich auch jedem empfehlen wollte, das in seiner Firma zu machen. Wenn jemand Hilfe braucht, helfe ich auch da gerne. Aber Vision zu haben, Mission und Motto sind wirklich drei gute, grundlegende Dinge, an denen man auch erkennen kann, ob diese Firma eine Vision hat, vom Herrn aufs Herz gelegt bekommen hat, was sie machen soll. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, der sehr herrsigt und beschütze euch, dass ihr alle gut heilen nach Hause kommt, wie lang euer Weg noch ist und bin sehr, sehr dankbar, bei euch gewesen zu sein. Applaus 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 Applaus